Endlich Klarheit im Wechselpoker. Handball-Nationalspieler Franz Semper wird den Bundesligisten SCD HfK in Richtung Flensburg-Handewitt verlassen. Allerdings erst im Jahr 2020. Damit ist klar, Semper wird seinen Vertrag in Leipzig erfüllen, aber nicht verlängern. Der Wechsel zum Tabellenführer der DKB-Handball-Bundesliga ist für das 21-jährige Eigengewächs der nächste Karriereschritt. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich bin hier in der Jugendzeit groß geworden, und habe hier meine ganze Karriere zu verdanken. Es ist zur Heimat geworden Leipzig. Ich bin hier nicht weit entfernt geboren in Bonner. Das ist natürlich eine schwere Entscheidung, aber eine Entscheidung, die man dann der Karriere wegen treffen muss. In der laufenden Saison ist der Linkshänder mit 117 Treffern neben Philipp Weber der torgefälligste Leipziger. Eine Eigenschaft, über die man sich nun in Flensburg freuen kann. Ich glaube, Franz hat eine sehr hohe Wurfqualität, ist sehr stark Mann gegen Mann, ist körperlich. Und vielleicht auch noch von seiner Entwicklung, was das Spielerische anbelangt, noch nicht am Ende. Er wird sicherlich in der Abwehr auch noch stärker werden können, was auch notwendig ist, glaube ich, wenn wir auf unserem Niveau spielen. Aber was er mitbringt, ist ein unglaublich großes Potenzial. Und da werden wir sicherlich viel in ihn investieren, ihn viel fördern und versuchen, ihn auch noch stärker zu machen. Des einen freut, ist des anderen leid. Für den SCD-HfK beginnt ab jetzt die Kaderplanung für 2020 und das ohne Semper, so Geschäftsführer Carsten Günther. Jedoch gibt es bei den Leipzigern bereits einen potenziellen Nachfolger für Sempers Position. Gut, also das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend sagen. Wie gesagt, die Entscheidung, die ist noch sehr, sehr frisch. Natürlich, unsere Gedanken kreisen da jetzt gerade. Wir haben vor allem mit Gregor Remke ein sehr hoffnungsvolles Nachwuchstalent, der durchaus das Potenzial hat, in die Fußstapfen zu treten. Aktuell aber gerade ein bisschen eingeschränkt ist, was sein Knie angeht. Deswegen müssen wir die Entwicklung dort abwarten und gucken natürlich parallel, national und international, wer uns dort helfen könnte und wer diese Rolle von Franz in der Mannschaft einnehmen kann. Eine große Nachfolge tritt auch Semper bei der SG Flensburg-Handewitt an. Dort wird der Stadt Holger Glandorf aufs Parkett laufen. Bis dahin bleiben dem Youngster allerdings noch acht Spiele in dieser Saison und eine komplette Spielzeit 19,20 beim SCD HfK.